Hallo bei Learning Level Up, unser Thema ist der Nachweis von Polysacchariden. Polysaccharide oder Mehrfachzucker sind Kohlenhydrate, die aus mindestens 10 Monosacchariden bestehen. Beispielhaft für den Nachweis von Polysacchariden schauen wir uns den Nachweis von Stärke und Zellulose an. Wir beginnen mit dem Nachweis von Stärke durch die Jodprobe. Als Geräte werden benötigt ein Urglas und eine Pipette. Als Chemikalien werden bereitgestellt die Jod-Halium-Jodid-Lösung und die Probesubstanz. Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten. Jod schädigt bei längerem Gebrauch die Schilddrüse, es ist daher auf eine gute Raumlüftung zu achten. Da die Lösung auch die Haut reizt, müssen Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen werden. Nach dem Versuch müssen die Hände gut gewaschen werden. Nun kommen wir zur Versuchsdurchführung. Die Probesubstanz wird auf eine Urglas-Schale gegeben. Nun wird die Jod-Halium-Jodid-Lösung auf die untersuchende Substanz getropft. Man kann beobachten, wenn die zu untersuchende Substanz Stärke enthält, tritt eine Blaufärbung ein. Die Einlagerung von Jod-Molekülen in die Hohlräume der Amolyse-Struktur führt zu dieser Blaufärbung. Die Blaufärbung verschwindet wieder beim Erhitzen. Entsorgt werden die Reste, indem sie mit Natrium-Thiosulfat zum Jodid umgesetzt werden und dann im Behälter für Schwermetallsalze gesammelt werden. Nun schauen wir uns den Nachweis von Cellulose an. Als Materialien benötigen wir wieder eine Tropfbipette und ein Urglas. Als Chemikalien benötigen wir eine Chlor-Zink-Jodid-Lösung und die Probesubstanz, das kann zum Beispiel ein Filterpapier oder eine Baumwollwatte sein. Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten. Da auch in diesem Versuch mit Jod gearbeitet wird, ist auf eine gute Raumlüftung zu achten und Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind zu tragen. Ebenfalls darf der Tropftest nur mit einer fertigen Lösung vorgenommen werden. Die Zubereitung erfolgt nur im Abzug hinter einer Schutzscheibe. Nun kommen wir zur Versuchsdurchführung. Nun wird auf die zu untersuchende Substanz, die Chlor-Zink-Jodid-Lösung, getropft. Beobachten kann man, wenn die Probesubstanz Cellulose enthält, bildet sich eine blaue oder eine violette Färbung. So bewirkt das Zinkchlorid zunächst eine Quellung der Cellulose-Fasern. Die Jodatome legen sich dann zwischen die langen Ketten der Cellulose-Moleküle und gehen dort einen Komplex ein, der farbig ist. Bei der Entsorgung ist zu beachten, dass die Reste wieder mit Natrium-Thiosulfat behandelt werden müssen und dann im Behälter für Schwermetall-Solze entsorgt werden. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Polysaccharide wie zum Beispiel Stärke und Cellulose sind Kohlenhydrate, die aus mindestens 10 Monosacchariden bestehen. Nachgewiesen werden sie durch Jodproben. Eine wichtige Rolle spielen Polysaccharide als Reserve und Nährstoffe für Pflanzen, Tiere und Menschen. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Nachweisreaktionen, zum Beispiel dem Nachweis von Monosacchariden, dann schaut doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!